doch also dann nie gesagt ich schon führer uns war lasst die türen führe uns zu den hallo welt weiß nicht ob er noch guckt da ist ein da kommt vorsicht nie gerecht ich bin aber ja okay den ja den ja war klar mich mich holen sie runter bin ja übrigens da ist glaube ich immer noch der juli aufpassen vor allem der koko alle anderen sind glaube ich schnell genug also mit wölfen selber tools komme ich klar wenn die zu viele sind wollen wir auch gleich die angel quest machen oder wollen wir damit ihn an ich weiß nicht ob man angekriegt ob man kröder kriegt das weiß ich alles nicht also ich glaube man kriegt man hat ja bis jetzt bei jedem das gekriegt was man auch hier ist ein glitsch den möglich kann mitnehmen da oben ist auch noch einer wenn du auf dem weg bist kannst du den ja mitnehmen kommst ja da hoch aber da gehen wir jetzt nicht hin also wir haben echt glück dass wir uns das hier ausgesucht haben weil das ist halt ganz in der nähe und das wusste ich alles ja stimmt hier sind werden kann ich nicht anschließen schade so wolltest du jetzt erst da hoch wir sind die ganze zeit nicht egal ja was ist los so achtung ich guck jetzt erstmal ganz kurz nach dem yuti ne ihr könnt schon ein stückchen Ich bin schon weit davor, Niki weiß ja wohin. Ja, ja. Aber... Hier ist ein Parry. Okay, der Judy scheint nicht da zu sein. Wer ist von da denn? Ihr könnt... Wieso? Achso, wir sind ein zu hoch. Entschuldigung. Gut. Nehmen Sie. Ich gehe vor. Wenn Bärchen kommen, ist das mein Problem. Siehst du hier irgendwo ein Viecher, Sanni? So, ich sehe hier draußen. Da ist eins, da ist eins, da ist eins. Ja, zwei Stück rechts von euch. Schieß, schieß. Oh nein, nein. Nochmal schießen. Oh, da kommt zwei. Eins liegt. Und eins liegt. Da ist ein Bär geradeaus. Sie liegt geradeaus. Da sind ganz viele Bären in dem Loch. Ja, ich weiß. Nicke, hol's dir. Hast du mehr Schuss? Nope. Packst du dir. Panu. Danke. Vorsicht, rechts, links läuft ein Bärchen. Ich sehe es, aber der ist im Fluchtmodus. Ihr habt alle Angst vor mir, weil ich so stark bin. Der war tot. Der war von Bären tot. Oh. Du hast nochmal drauf geschossen. Ich glaube, wir müssen erstmal die Bären da. Mit der Zeit. Nein, der Bär. Ich wollte vom Bären gegriffen. So, Achtung. Versuch's, wenn es geht, einzeln. Mach ich doch. Ich bin gut. Ich bin super, Fenja. Ich überlege, schaffe ich die? Einer kommt. Nicke. Ich geh rum. Ich hol ihn. Pass mal auf, dass du nicht da reinfällst. Das ist dein Ende sonst. Aber die flüchten gerade alle. So, genau. Bb. Ah, du kommst dran. Sehr schön. Ja, aber nicht wirklich. Kommt. Was macht denn der gerade schon wieder? Sag mir, wenn einer von hinten kommt. Kommt. Von hinten. Aber er läuft weg. Nicht im Fluchtmodus. Äääh. Jutty4. Äääh. Jutty. Nee. Terry. Terry beim. Lass mal. Lass mal Koccolini in Ruhe. Ich brauch draußen. Koccolini heißt es ohne. Ich hab Terry. Stör. ich habe welche größe hinter dir läuft noch einer alles außer rex okay tut jemand sich glaube ich nicht okay denn hier wird ja gar ein habe ich gekillt das ob das ferox neben dir ich nehme den nächsten ja wie gesagt wir haben alle angst vor mir so wo sind die feroxe du siehst also einer ist noch hier unten in dem loch und der andere nie gedreckt wurde das auch noch einer wir sind beide hier unten im loch hast du noch nicht jetzt ist betäubt hier liegt den anderen habe ich fest doch ich habe eigentlich sollte das reichen oder der andere sollte fertig sein hast du ja geht an sich oder ich finde es nur komisch dass die die ganze zeit vor dir weg rennen das ist ebenso weil du kein element hast du bekommst die anderen bärchen sei nicht was soll noch für ihn welche ja ja hier nein so bitteschön sani hast du auch eins ne wir haben nur zwei ja zwei sind gestorben hast du jetzt deins aufgehoben ja ne wenn man sonst kann es ging darum dass wir jetzt ein paar haben dass jeder eins hat wegen der kälte ja wir haben jetzt fünf insgesamt das geht doch schon mal ganz gut kommst du jetzt noch mit reingucken hier sieht es nämlich schön aus hier ist noch eins nehmen wir das doch 196 stopp nicht ich mache nichts ich mache nichts als nur fest wenn du hältst es gar nicht ist es kann nicht weiter weg laufen es kann nach rechts und links laufen das geht aber es kann nicht weiter weg von uns das kann das heißt es kann nicht tiefer in die höhle liegt ähm hört man euch eigentlich ja man hört ich ja nein wir hören nicht witz weil ich habe gerade gesagt wohl gerade ignoriert ne ne es tut mir leid ich habe ja nur gemeint wenn man einem element hier sieht schön aus wollt ihr mitkommen bitte 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 lass erst den vergangs machen dann können wir noch ein stück in die hülle reingehen euhhhh hi hallo guten tag da wird schon sein da na möchte ich aufheben gleich wie gleich jetzt kommt ihr hier mit euren durch ansonsten wartet kurz denn ich nehme mich kurz wie gefährlich dass hier ist was machst du denn da immer die immer die waffe aus der hand hier sieht es schön aus wir können uns dann von hier weg teleportieren der fette blutstag und geht durch aber du nicht lustig ach das ist die höhle da war ich ein single player mal drin hier schöne ja okay da sind ja viele fische drei stück aber auch und zwei drei links und zwei rechts aber da sind auch hier gehen wir nicht hin nö wir gehen nie ganz kurz gucken kommt hier ist sicher dort eben schön das ist die höhle die man im trailer gesehen hat achtung er wollte sich gerade verwandeln hat sich verwandelt er war doch der hat das system nicht verstanden dass er mir wurde er als tot angezeigt kann ich aus dem see trinken ja du hättest auch davor trinken sollen können ich weiß nämlich jetzt nicht ich kann hier nicht trinken dann spring halt kurz rein ja helft rüstung ist im wasser ganz schlecht da einmal zurück und dann weg porten oder wollen wir zurück laufen dann kannst du noch mal die die wollen wir die die angeleis dingens machen können wir können mal gucken gibt dir so eine lustige alle aber ich wüsste wo ihr seid na bei mir sehen wir waren noch gerade die kleinen holen er war doch für nicht dabei also ich hole ihn ab ja ich bin schnell hier geht schon mal zum see runter nico du weißt wo es hingeht ja einfach dem fluss nach unten hin folgen alles klar also weil das ding was hier ist dieses spielzeug das ist scheiße das habe ich schon mal im single player ausprobiert nicht lustig das ist so eine explorer variante mit vier mal vier punkte finden das habe ich ja bei dem weiß ich dass der klappt der vierte punkt ist hinterm berg das heißt muss einmal mit einer sache des berges das ist irgendwo ganz woanders und das ist ohne fluss nicht lustig ihr müsst halt nur aufpassen da unten können weil von selber zu sein aber ihr habt ja ich wollte gott sagen weil von selber zu suchen mich nicht wirklich naja sind ich selber tust von daher die jucken mich die durfte mich auch nicht wirklich mit dem stalker dich nicht aber die ziehe ich einfach dran wenn irgendwas ist und rotz ist weg weil ich seite muss ich rausgehen die warte ich kann ja ich glaube also hier ist ein flausche viel warte nimm dir mit ich habe die auf der schulter was noch nicht auf der level 70er tari weg rausgegangen die falsche zeite raus anke 100 9 589 ja so als ich komme zu einem richtigen mal raus ich habe nur ein sauerkraut bin ich so schnell ich weiß alles gut geht es wieder allein zu ja hab mal festgehalten kein problem ich habe ein paar davon ich muss ja sagen die sound sind echt echt beängstig was die ist auch du meinst von dem blutsauger nein von der eisscholle auf der wir stehen die knacks ganz toll ja ich weiß dies hört sich schön an ich bin vertrauensverweckend ich fühle mich hier so richtig sicher ja du bist doch auf dem sarko kannst du auch schön ist doch egal ja aber trotzdem ich gehe aber dann kurz zu mir lernen strahlen ja man macht das wir sind dann hier unten ach gut ist eine brücke hier und vorhin haben wir ja hier unser juli kontakt gehabt ja 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 sie ist die frage der terry muss der weg level 70 ich schaffe mir doch der andere war 77 den ich vorhin angekriege ich schieb ihn weg hallo geh weg du lebst gefährlich sani wieso alles andere ist sicher dass nur noch ein faul tier und mammut und alles wirklich aber die greifen ja nicht an wenn du zu nah ran gehst und dann willst du dann einstellen so kann ich machen überhaupt nicht am monat gelassen da kommt er gerade runtergerutscht der mega weg machen oder nur an wenn der in 6 so ok ist das eigentlich was ist das eigentlich ein einzelner mehr spieler wir können es ja ausprobieren nach einfach gamma so fisch im rot edit irgendjemand die fischung hoch versteht ich hätte man hätte sie bekommen gut weit kriegt muss wenn man so hinsetzt guck muss mal ah ja ich sehe was also bei euch hat das event auch gestartet demnach ich mich auch ok also dann ist es alleine aber mach mal vielleicht kriegst du ja was schönes ich muss auch nur zehn fische fangen ich habe eine arme brust dabei los du machst das super ja ich habe noch mal ein bisschen aber nee warte nein fisch nochmal zwei nice fisch danke helena ja welche fast jetzt am april te gedrückt und dann emote emote abspielen ich habe nicht gehabt geschossen aber wenigstens geht das relativ schnell ja sani ja es geht auch aber auch lustig dass es dann hier mehrere ach verdammt du darfst dir halt dann ein loch aus wechseln wenn du denkst du guck mal ja ist auch genug was gamma ist das größte oder dieses kleinste ich habe extra gamma genommen das wäre echt schön gewesen wenn man das zu mehrfach nehmen könnte noch der motto wäre als erstes fertig ist halt gewonnen ja quasi und dann vier von zehn oh das war ich nicht april das war nieke das warst du ich hab was von hier nein warte oh er hat mir schon wieder was ausgegraben auf ein eis vor allen dingen warte ich will gucken wie die aussehen der hat mich angenäßt den mag ich nicht der ist süß ich wollte gerade sagen aber bitte hier nicht löcher ins eis buddeln dass das eis bricht geht 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 dann schön falsch geschrieben was kürbis sind doch diese kleinen gefiederten flausche bälle das war für wie für ah verdammt jetzt habe ich das jetzt habe ich das noch öffentlich in einem video zugegeben dass ich noch weiß was das ist du bist halt alt steinalt du stehst im wasser die ist geil ja wir haben ja schon festgestellt du hast es du hast es kommst du gar wieder raus ja ist der putzig also ich kann jetzt ganz böse sein und sonst wegpellen ähm dich mögen die tierchen der kommt aber nicht mehr raus oder doch doch das finde ich jetzt hier unfair bitte nicht anhauen die kiste doch gerade jetzt genau dein ferrocks dein ferrocks sieht voll süß aus den will ich haben können gerne tauschen mir ist das ziemlich späne meiner sieht so komisch aus dann kriegst du furbies das sieht so das sieht so komisch aus wenn der fisch so nach oben schnappt äh ich höre schläge ja nick hat mich geschlagen achso ok ja gar nicht ich hab dich nur gestreichelt bitte auf haust es ist es ist halt ein bisschen rüber wir sind im eisgebiet wir haben nur fäust na ne haben wir doch nicht ich wollte gerade sagen wir haben nur fäustlinge als hanschor aber das stimmt gar nicht trau dich doch hey weg hier weichlinge aber du kannst nur die coals fischen oder ne man kann auch die salmung echt oh nein gute nacht leg die nicht mit dem an wo eine gelbe armbrust hat ja stimmt da war ja das ist hier und ihr wisst schon unfairer vorteil ja na und so noch einen fisch dann haben wir es zwei pfeile und die war da ohne ne du hast mich nur einmal getroffen ne du hast mich nur einmal getroffen zweimal getroffen ne ja ich bin einmal um den stuhl gekommen und hab dich abgeschossen mal gucken ob sich das dann lohnt was im eisgebiet werden wir auch gleich das ist auf jeden fall relativ einfaches ding ich hab dich einmal getroffen und du hast mir einen spinel sattel oh das wäre geil hinter dem eisgebiet hab dich getroffen und einmal im stuhl ich hab ja auch bei einmal treffen mit dem dodo hab ich einen rex sattel in grün bekommen beim normalen einstellungen beim normalen einstellungen level 70 koi und ja ein sattel und in weiß bringt uns nur leider nicht viel welcher denn tut du teutes das ist gibt es hier auch das ist der riesen tintenfisch obwohl wir können das zerlegen und dann haben wir materialien wir haben noch keinen greiner und ob es überhaupt geht ja gehen tut euch garantiert aber und ansonsten hätte ich noch eine harpune bei dem moment mal bei dem tag ja das ist aber auch ein bisschen krass du holst dir da das ding und auf einmal kriegt kannst das ding zu legen und hast haufenweise materialien das wäre ein bisschen übel soll man da noch hin noch zu dem grün liliere anstrengen wo ich gerade hinguck ja wo ist denn hier einer ich sehe ich nichts hier gerade aus wo ich gerade tut ich würde sagen wir killen die mammuts aber da ist ein hohes dabei also hier vorne gibt es bei mir noch die lange strahle hier ist nichts gerade aus er hat schon alle geholt hier gerade aus quasi gerade aus an dem ding vorbei ja mit dem wald das ist dodo das ist auch ein dodo da rennt grad ah ne ist mikro auch ein dodo also die mikroraptoren können wir hier gerne ausmachen das ist mir zu stressig immer mit denen so ich streich mal auf und geh mal hin ich sehe nichts äh leute hier ist yuti gebiet ne ist aber grad kein yuti jo sanja hast du das schon nein wenn da wenn vielleicht grad wieder was liegt und gleich guckt hier so ein yuti zwischen die bäume hallo ja bin ich ihr habt von mir geredet ihr bekommt eine böse böse wolf gehen wir einfach zurück das ist immer wieder bei unserem see und dann können wir nach hause oder wollen wir nach hause porten ok dann mache ich port an wie bequem was denn wenn es die funktion gibt ich bin ich bin doch den port an machen auf mich zu moppen auf mich zu moppen lassen wir borden nicht dass gleich ein juti kommt wo ist denn jetzt mein krokodile läuft denen eine runde ein terry kommt ja deswegen lasse dass wir weg kommen ja terry level 70 ich sag dass helena sie wenig hallo kannst du bitte ich kann helena nicht anreden wohin müssen wir nord kann es gab euch anrede hier kann es weil es einfach hier eine störung war danke bitte einmal mit profis wenigstens april yay ich bin ein profi ich will dann saroks ja wir können ja gleich in der basis dubbeln zani bist du wieder schön gelandet auf dem kroko deiner ist nicht so flauschig meiner ist auch flauschig aber meiner hat nicht so eine schöne hier ist es ganz kalt ich habe gar nichts mehr gesehen ah moment ah vor allem wir haben vorne noch nicht durch komm jetzt durch ok guck du hier ist wirklich wie kennst du wir am see ähm was ist da wieso wollte lewis gerade runterlaufen ja ja wieso wollte lewis gerade runterlaufen sind alle mitgespawnt ne nein ich wollte schon wieder nicht mitgenommen ich weiß nicht was heute los ist ich werde den ganzen tag schon nicht mitgenommen soll ich dich abholen kommen oder ne ich kann auch gleich nachhause potten ich bin jetzt in der matrix drin ich kann grad gar nichts machen ah ja nikke was hast du dir Helena angetan weiß ich nicht hab ihr nacktbilder gezeigt der sani könnte ja nochmal da oben das dingens mitnehmen weil das nicht schon hat den glitsch achten da hinten nö gott nicht warum ich dachte jetzt wir haben jetzt mit mit pelz rüstung und den viechern noch mal keine eiswürfel mehr na hier da bin ich 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 hier ja ich mag deinen namen 1 finde ich hübsch aus wie du hast das 4000 stone im bus gratis felsen so schön so habe ich eigentlich noch irgendwas gekriegt naja es gab auch gab auch ordentlich hexagon hallo hallo es gab schon abrot katze brauchst gar nicht so ankommen so du bist jetzt leider einer mit 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 einem kleinen wir hätten dir auch noch einen mitnehmen müssen wir hätten dir auch noch einen mitnehmen müssen ähm der alte hinter der sieht fast aus wie der von star wars oder der chili kuh du meinst joda ne die frau schichtviecher da evox ja weil die von der färbung her ertäuscht das grad deswegen gefällt der mir so tun wie sollste da hin denn ne weil das sieht völlig aus wie so ein und wie von denen das ist eine die wir haben glaub ich überwiegend bei ähm gut soll ich von der Level her könntə ich könnte ich sogar einen großen Nehmen Ja, guck mal, hier hinten ist noch einer. Jetzt will ich mal gucken, 1280. Oh, nee. Oh, ja, hier sind wir. Was? Was ist? Ähm. Hä? Hm? In Christia Hyperntyp Thermic Solation. Ja. Ja, hat es bei mir aber gerade lustigerweise nicht getan. Im Gegenteil, ich gehe sogar runter. Hä? Ja, ich gehe mal kurz aus dem Haus, wo keine anderen Bugs irgendwie nach Quere sitzen. Also, ich habe hier gerade Antwort jetzt. 12 Grad Minus. 335 und 64. 335 und 64. Also, wenn da ein Buff ist, wird der nicht angezeigt. Hä? 335 und 64, wie du ja auch, habe ich auch. Genau. Mit und ohne Fairbox. Ja. Ich habe 279 ohne. Weil ich kenne Schuhe und kein Ding. Ohne habe ich, ja, 335. Also, ich habe mir jetzt mittlerweile den Forz gebaut. Ja. Und habe ich eigentlich schon durchgeschmälzt, oder? Ja, ich habe auch Eisen mitgebracht. Und jetzt 279. Und jetzt 279. Was brauchst du, April noch? Doch, Kopf und Füße. Mir drehen die Füße ab. Ich bin in den Metallschulen. Ich bin festgefroren da drin. Yay! Kopf wird gebaut. Füße wird auch gebaut. Ich habe schon 19 Sand bekommen. Ja, von wo ist denn? Na hier von den Elementen. Ah, dann staub meinst du. Apropos, könnte fast nur die Folge ausmachen. Ist mal eine gute Idee. Yay! Bis zum nächsten Mal.